Warum MTEL Austria? MTEL Austria bietet mir unschlagbare Vorteile im Gegensatz zu anderen Mobilfunkern in Österreich. Neben Telefonieren und Surfen in EU, in Österreich, kann ich mit MTEL Austria auch in Serbien, Bosnien und Montenegro kostenlos surfen. Ich kann auch kostenlos Anrufe tätigen und SMS schreiben. Für mich ist das unglaublich wichtig, weil meine Freunde, meine Familie wohnt in Ex-Jugoslawien. Ich kann meine Familie und meine Freunde kostenlos anrufen und wirklich an nichts mehr denken. Um 23 Euro ist es ein wirklich tolles Angebot. Zusätzlich sind die Roaming-Kosten auch kostenlos in diesen Ländern. Und für mich ist das super, weil ich muss keine SIM-Karte mehr tauschen. Ich kann sorgenlos reisen, ohne dass man an die Rechnung denkt. Das heißt, um 23 Euro hat man das alles gecovert, sozusagen. MTEL Austria bietet mir wirklich tolle Vorteile im Gegensatz zu anderen Mobilfunken in Österreich. Ohne das könnte ich jetzt nicht mehr leben, glaube ich. Also MTEL ist top. Und yes, MTEL rocks!